Und ich, ich darf es anziehen? Ja, was denn sonst? Sie sind, Sie sind so, Sie sind wie, wie... Danke. Geh jetzt schlafen, mein Hardis. Gute Nacht. Gute Nacht. Wenn ich Sie, wenn ich Sie am Sonntag fortgehen sehe, in Ihrem schönen Kleid, dann habe ich immer so furchtbare Angst, Sie kommen nie wieder zurück zu uns. Ja, warum soll ich denn nicht zu Euch zurückkommen? Ich weiß nicht. Ich sage jeden Abend, wie ich es Ihnen versprochen habe. Ich bin sehr, sehr glücklich hier. Aber Sie, ich glaube nicht, dass Sie das auch sagen. Doch. Nur sage ich mir es nicht. Ich sage es mir morgens früh um 8 Uhr, wenn ich zu Euch in die Klasse komme. Und wenn Ihr zu mir aufschaut. Dann sage ich es mir. good night, good night, manuela. Good night. Da ist das. Da ist das.